Ja, ich wollte auch gerade skippen, aber das Game geht hier schon los, also fuck das Gut, gut, Bruder, wie geht's dir? Wie war die letzte Woche, ohne mich? Was habe ich verpasst, Leute, ganz ehrlich? Irgendjemand hat oben geschrieben, ich habe einiges verpasst, aber ich glaube italks war's. Was habe ich denn verpasst? Wieso kann man Star-By-Temps hier nicht suchen, by the way, eigentlich? Fuck. Achso, nee, geht eigentlich nicht, du hast so einen starken Delay hast du gar nicht. Okay. Awesome. Ah, Bruder. Oh, kein Ernst. Sorry. Fängt doch schon mal gut an. Ja, ist das Rank-Game. Ist gut. Wie können wir langsamer als die Gegner gewesen sein? Fuck. Ich war eine Woche bei Juli. Gut bin ich. Gut bin ich. Oh, piss dich Silvanus, der macht mir mehr Schaden als der Kübel, Digga. Ne, nur ich da aufzuhöhle. Keine Ahnung, frag sie. Nice, zwei Minions getroffen. Wieso ist der gedashed? Trotzdem hat man die Pässe bekommen. Ich sehe. Der Silvanus geht mir auf den Sack. Man muss auch mal teilen können. War das an mich? Ich weiß gar nicht. Ich bin schade. Wie weit ist er? Ich kann mich schaden. Ich kann mich schaden. Den Silvanus hat kein Mana, also... Hey CB, wie geht's dir? Das ist ein Puppet. Das ist ein Puppet. Ich sehe! Das ist ein Puppet. Das ist ein Puppet. Hm. Schade. Das ist ein Puppet. Das ist ein Puppet. Das ist ein Puppet. grape. Das ist ein Puppet. Worin... aje lavouden? Musik. Ich bin. Ja. Nein. Geiler Gang, alter. Kurz mal meine Lane gefickt. Hat Cupid den Double Kick gegeben, oder? Oh, nee, beide Arme bekommen. Braucht wieder ein Wimpern-Lifting, ich will Sommersprass. Was? Ja, ich auch. Ich denke mir schon seit Wochen, wo bleiben meine Sommersprass und meine Wimpern-Lifting? Nein! Schade. Ich bin wahrscheinlich tot, oder? Ich bin wahrscheinlich tot. Oh, Mann! Du bist doch zwölf oder so, oder nicht? Beste Fakni-Hultiger, meine Hulten waren nicht besser, Alter. Du wirst ein Wettbewerb, Freund! Okay. Oh, das ist ein Wettbewerb, ich dachte, ich knack dir. Ah, nein, das war ein Morgen, Alter. Okay. Fakni, Freund! Achtung! Meine Allies sehen jetzt wie ich. Ich werde sterben, wenn ich hier bleibe. Oh, Jule, hallo. Oh, ich habe Leistziel, Bruder. Ich will noch nicht backen. Oh, fuck, Digga. So, here comes the police. Wie war der Einkauf, Jule? Digga, wieso hat jemand schon einen Taiball kassiert? Wie schnell geht das hier eigentlich? Ach so, stimmt. Der Kuchen hat's ja verdient gehabt. Also passt ja schon. Die Feier sind hinter uns. Fuck, fucking Sylvanus ist broke, Liga. Ja, ich habe ein Kind bekommen, alles gut. Alles gut, Digga, alles gut. Ich werde es gelapen, Peter. Alles gut, bei dir. Ja. Was, du hast eine neue Idee? Schon wieder mitgenommen. Bald hast du fucking Urwald zu Hause. Digga, kann dieser scheiß Schlauch mal hierbleiben. Und, wieso ich rauchen, wenn ich hier lasse? Bifrost, aid me! Uh. Na. Ja. Der Fendier wohin holt es den denn? Fakke! Das fucking Minutes haben ihn nicht gehört. Der Fendier weiß auch nicht wo der hingehen soll, der holt es den und dann... Ehhhhh, ich weiß nicht was ich tun für euch. Wir backen, wir haben einen Putsch. Boah, ist das geil, ne Pfeife, die... Juli, ich glaube ich nehm doch meine Pfeife zu dir. Im Sommer nehm ich die auf jeden Fall mit zu dir. 300 Kilometer? Stimmt doch gar nicht. 260. Ist nicht viel. Was? Pizza auf meinen Nacken? Na von mir aus. Aber nur war Juli dabei. Geh Blut 1, geh rein! Was, wer kommt denn wieder nach rechts? Ist es gleich irgendwie? Was? Ich bin tot. Aaaaah, sollte ich... Falte denn das mal nicht? Ja. Stimmt, dich in links ist viel so... Mmmmmmmmm... Hallo! Hallo! meine mom hat mich eben kleiner pisser genannt ich habe ihr essen verschmäht acht und hat mich kleiner pisser genannt ja verdient die waren es verpiss dich von meiner lehntiger kann ich mal gegen eins waren ja hey wolfie ja meine mom sagt ich bin behindert aber kleiner pisser hat sie mich noch nie genannt das ist neu da kommt sylvanus wieder auf meine lehnen oder auch nicht dass ne bitte okay wir können angreifen leute attacke attacke vorne fange fange besser ich bin zu laut ok hey jule muck mich immer übertönen ich weiß gar nicht was ihr habt ich muck dich übertönen muck oh mein gott digger was warnt das ich hab grad nen herzfark bekommen der mercury dachte sie auch was machst du für ne scheiße die der dachte gerade ich geh geh kurz oh geil digger der hat mir eine heiden angst eingehakt digger will doch wirklich kannste das klippen das war lustig ja ich bin dabei ich bin dabei der wusste nicht was ihm geschieht Hat der sein Purple? Nee, hat er nicht, digga. Fuck, wo ist die? Oh, oh scheiße, da kommt die fucking Police. Holy fuck, die Affinaulti hat mich gefickt, gerade. Ich bin voll lustig, wenn der Fenrir ultet, er weiß nicht, wo er hingehen soll. Ich mein, bleib doch mal stehen. Ich weiß nicht mal, wie man mit Fenrir ultet, irgendwie funktioniert das bei mir nie. Nicht? Ah ah. Du ultest, los, schnappst dir einen, stellst mit ihm. Ja, das mit dem, das mit dem Gassi-Gehen funktioniert nicht. Achso. Also ich drück links, klick, wie so ne gestörte, aber irgendwie bleibt da nie jemand hängen. Mhm, okay, loll. Fucking Silvanus sind grad mein Tower, kann das sein? Digga, was gibt es ADC oder Silvanus? Nein, wir sind 300 Gold über dem Cupid, also fuck it. Okay. 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 das war so knapp my allies now see as i do go Gochi, 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 Gochi! Gochi, Gochi! Gochi, Gochi, Gochi? War Umut schon da? Mhm. Okay. Der kriegt auch noch einen Time Out, der Hund. du sollst lieber farmen bruder kuchen ich habe absolut kein plan was du gerade von mir willst sag mal war heimdall in den neuen tor filmen nicht ein schwarzer ja ach so ja nee aber das er durfte ja raus so ist es nicht einmal die woche durfte ich raus ich brauche ich Incoming right! Enemies spotted! Retreat! On my way. Dewey, Ophir! Oh yeah! Go! Das ist ein bisschen wie Zuh. Ah, den Tauern wir auch noch, ist er nicht alle tot. Dönerpizza, mhm. Stabil. Ein gewissen Standard. Was hast du da für einen Standard? Ciao. 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 Oh, da kriege ich irgendwie Peel oder so? Ich bin gleich wieder da. Besser. Oh, die nehmen auseinander, das passt. Setz uns wohl, komm, fick die alle weg. Oh. 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 Oh, oh. 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 Ich weiß es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich kann da nicht hin. Er ist im Wokon geblieb da schon. Das passt. Okay! Bye! Bye! More. Short jokes. Oh! Be right back. Just be careful. Your middle tower is under attack. Bye, Frost! Aid me! Defend left lane. Hau rein, Kissi! This way. Testen, wo brauch ich die Dachdulde hier. So, bin wieder da. Willkommen zurück. Ciao, Kissi, falls du es noch hörst. Ist schon weg, glaube ich. Bestimmt. So. Erst ist mein Brüderchen gekommen und hat mir gezeigt, dass er Pokémon Kappen hat. Hm. Mh. Mh. Da ist ein Pummeluff dabei, ein Knuddeluff, ein Pikachu, ein Ponita in der Feenform. Okay. Und ein Galopper in der Feenform. Und die Artworks sind halt super hübsch, ne? Bei den neuen Koppen. Bei den neuen Koppen. Ja, nicht. Und dann kam die Mama und meinte, ich soll ihr den Rücken massieren. Sie hat Rückenschmerzen. Mh. Mh. Gib mir den Quartner, Digga. Gib mir den Quartner. Gib mir den Quartner. Die Arme in Oregon wurde so zerfetzt von mir gerade. Mh. Mh. Ja, natürlich. Was für ne Frage. Kuchen. Mh. Mh. Penta-Kill. Mh. Mh. Schade, das ist nicht gelesen. Das hat gesielt, doch. Echt jetzt? Ja. Gold. Haha. Die haben das Game gelieftigt. Uh. Game speichern. Mh. Mh. Das war schon gut. Das war schon gut. Ich mach ein Highlight raus. Ja, mach immer ein Highlight raus. Ja, mach immer ein Highlight raus. Ja, mach immer ein Highlight raus. Wenn wir mal YouTube-Videos wieder aufklären. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Physik! Man internal auf dem Paulistin Wicht-P familie, hustet ihr, übrigens sie wirst. Und wie ein eigener Leben ledger? Das hat dich neugierd. Reibe und design der Szene sind, dass sie alle auf dem Kriegs соврем�� published in Bayern. Vielen Dank.